Ah, seht ihr, ich wollte ja sogar noch den Weg hier austauschen. Das machen wir. Einmal hier auf jeden Fall rum. Und dann... Genau, solche Klinge brauchen wir unten. Das ist der Pharao. Wir tauschen das hier mal aus, weil es einfach schöner ist. Ach, die Treppen haben wir unten in die Truhe geschmissen, ne? Treppen? Die haben gar keinen Platz, glaube ich. Ja, hohoho. Ich bin eben reingeschmissen? Nee. Doch hier. Dann Treppen mitkommen. Ah, die Knochen. Weg damit. So. Schnell noch zwei Brötchen futtern. Und die Treppe reinsetzen. Und die Treppe reinsetzen. Jetzt will ich dann doch... Erst nochmal... Wir haben gar keine Kohle mit. Das ist ja blöd. Mal sehen, wie viel wir hier mitmachen können. Wie war das? Ja. Da. Ähm... Da. Haben wir hier noch was? Nee. 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 Passt. Dann wollen wir mal. Nein. Ach, nö. Wo ist er? Ach, da ist er. Da ist er. Schnell, schnell, schnell. Schwert, Schwert, Schwert. Wo ist er? Wah! Jetzt werfe ich den Eimer schon weg. Komm her. Geh baden. Oder auch nicht. Ist er trinkt. Ist er trinkt! Noch ein... Weg, Weg, Weg hinbauen. Wo? Hm. Hm, 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 hm. Das hier müssen wir wegnehmen. So schön es auch... Auch aussieht. Ups. Äh. Erde. Und hier. Und das nochmal. Na, rein da. Perfekt. So. Okay, haben wir das. Nee, das geht hier noch nicht. Das müssen wir tauschen. Haben wir wieder unsere kleine grüne Terrasse. Weg, Weg, Weg. Ist soweit in Ordnung. Bis auf hier vorne. Das machen wir auch noch schön. Wie haben wir das hier? Da haben wir auch überall. Sand rausgemacht. Das müssen wir nochmal wegnehmen. Zumindest die Ecke machen wir noch ganz schön. Genau. Und das hier auch noch. Oder wir machen hier Sandstein hin. Wenn wir welchen haben, haben wir nicht. Dann machen wir es halt nicht. Okay. Ach nee, noch nicht. So. Obwohl, dann sieht das hier eigentlich auch blöd aus. Ja, das ist besser. Oder ist es sogar noch schöner, wenn wir das so machen. Das ist, glaube ich, sogar noch besser. Ja. Ein Weg. Ein Weg. Schön. Hier geht's hoch. Nein, das ändern wir auch. Dann nehmen wir doch wieder die anderen Stufen. Hier kommt ein Weg in die Mitte. Oder setzen wir das sogar ein tiefer? Nee, machen wir nicht. Ist ja mit den Gebäuden hier vorne sonst blöd. Ups. Ja, wir haben ja irgendwie das einzige grüne Fleckchen hier im Dorf. Das müssen wir dann nochmal ändern. Aber es sieht schon schöner aus, glaube ich. Natürlich alles ein bisschen grauer auch. Aber ordentlicher. Das, das muss man sagen. Jetzt müssten wir theoretisch von hier vorne noch einen Weg hier hinführen. Das ist unser grüner Streifen. Den lassen wir auch. Außen herum geht's da weiter. Genau, das heißt, hier werden wir noch einen... Ja, mein Gott, jetzt will ich es aber wirklich genau wissen, ne? Ihr merkt das schon. Noch einen Block hinhaben. Ich weiß nicht, ob ich hier nach noch irgendwas mache. Ich möchte auf jeden Fall sagen, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, die Aufnahme. Ich hoffe euch auch. Es war natürlich nicht wirklich sehr spannend. Wir haben eigentlich nur irgendwas gebaut, abgebaut und irgendwo anders hingesetzt. Aber nach Ewigkeit mal wieder hier bei Minecraft reingeschaut. Und ich hätte schon Lust mit euch. hier an unserem Dorf weiterzubasteln. Das alles noch zu verschönern. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bin gerade am überlegen, wie wir das hier machen. Zwei breit, ist das in Ordnung? Wir testen das mal kurz. Ist das so gut? Dann müssten wir das hier aber auch machen. Dann sagen wir mal... ...nehmen wir das hier weg. Und hier noch. Ja. Okay. Sand einsammeln. Und dann werden wir noch ein bisschen was reinschmeißen. Beim nächsten Mal fällen wir dann einfach irgendwelche Bäume. Also ein Stück fehlt da vorne noch. Das machen wir gleich. Dann können wir die Zeit nutzen, um hier den Weg schon mal vorzubereiten. Das gefällt mir nicht. Da packen wir wieder Erde rein. Das machen wir auch nochmal neu. Den führen wir hier lang. Hier hoch. Wartet. So. Das ist der neue Weg. Ist der überhaupt noch heiler? Gehen wir einmal rum. Nee, hier nicht. Ups. Wie sieht das hier aus? Jo. Das passt. Schön. Die Treppe haben wir ersetzt. Was könnten wir vielleicht noch machen? Jetzt geht's hier so weiter. Ah, mir fällt noch was ein. Oh, das geht hier mal gar nicht. Das müssen wir natürlich ausbessern. Und irgendwo war doch... Ist das Haus hier größer geworden? Nee. Das täuscht er. Irgendwo war doch hier ein Loch, oder nicht? Das hatten wir doch mal gesprengt. Und dann hatte ich nicht das passende Holz. Ah, lass nicht hier. Das hat sich doch ganz komisch geflickt. Nee. Haben wir wohl schon verbessert. Ein Weg hier rum. Wie wäre das? Ja, das wäre gut. Das machen wir auch. Was ist das? Ja, hier. Kommt die Verbindung. Sand weg. Einmal rum. Okay. Wie viele haben wir? Na ja. Reicht nicht wirklich. Ups. Haben wir... Es liegt da noch was. Na ja. Verbauen wir die hier schnell. Und den einsetzen wir da rein. Wir gehen noch mal in den Keller und holen die Kohle hoch. Dann können wir die nächsten Steine vorbereiten. Ups, hier. Hm, können wir irgendwas reinpacken? Nee. Spinnnetz weg. Das auch weg. Kohle mit. Ah, hier war das. Das hatten wir so komisch geflickt. Haben wir überhaupt noch? Genau, haben wir noch. Okay, schön. Ach, die beiden hier unten müssen auch noch ausgetauscht werden. Ich glaube, da geht uns ein Glas flöten. Nee, doch nicht. Schön. Perfekt. Dann werden wir... Mal schnell hier rangehen. Bisschen was reinschmeißen. Und oben auch. Wartet mal. Bisschen ausgleichen. Perfekt. So, mir fällt aber noch was ein. Was wir machen könnten. Und zwar möchte ich noch ein Blümchen haben. Das ist ja wirklich viel zu... grau alles. Nico hat doch garantiert irgendwelche Blumen gesammelt. Nee, hat er nicht. Aber das hatten wir gemacht, oder? Weiß ich gar nicht. Wir hatten doch so viele Blumen. Da muss doch was im Keller sein. Irgendwie. Oder... Was ist denn das? So, Redstone. Nee. Wieso haben wir keine... Doch, hier. Sechs Stück. Und auch noch vier rote. Super. Nee. Ja, da haben wir hier. Schön. Schön. Werden wir das alles noch ein bisschen schöner gestalten. Hier. Weiß gar nicht. Vielleicht sogar drei. So. Ein kleines Beet. Hier auch so ein Beet. Ja. Jetzt muss das nur irgendwie wieder grün werden. Oh, nein. Das wird doch nicht grün. Die klassische Methode. Eine Verbindung schaffen. Okay. Das ist falsch. Ups. Ich wollte... Erde. Genau. Dann wird das da grün. Und dann gibt es da ein paar Blümchen rauf. So. Und hier auch. Da kann doch keiner meckern. Ist doch eine ganz schicke Ecke hier. Ja. Muss sein. Also. Grau in Grau ist ja auch blöde. Ich habe da schon wieder einen Fehler entdeckt. Hier. Das geht nicht. Und dann hier nochmal lang. Das nehmen wir wieder weg. Und hier machen wir noch ein paar Blumen hin. Ja. Das ist doch alles ganz schick geworden. Besser als vorher, würde ich sagen. Das hier wird noch ein bisschen dauern. Aber wir könnten in der Zeit Blumen sammeln. die Wege hier noch ein bisschen ausbauen. Oder irgendwelche anderen Ideen machen, die ihr dann vielleicht noch so habt. Schreibt es mir unbedingt. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme jetzt hier erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass wir mal wieder bei Minecraft reingeschnuppert haben. Schöner Swimmingpool. Und die Pharaonenanlage. Stimmt, die ist auch noch nicht ganz fertig. Ne. Da müssen wir noch ein bisschen bauen. Die Station hier und der Nikos Haus. Aber ich sage jetzt mal Tschüss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zur nächsten Aufnahmesession. Schreibt mir eure Ideen und Vorschläge per PN oder Kommentar, wie auch immer ihr wollt. Dann sage ich bis bald. Euer Tom Philipp Zenker. Euer Tom Philipp Zenker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017